Verrückt nach Süden, so heißt das Motto der neuesten Kampagne des Südtiroler Schützenbundes. Entlang der Landesgrenze und auf den Pässen und Grenzpunkten wurden diese Transparente aufgehängt. An allen Landesgrenzen ausgehängt, hier auf der Mendel. Verrückt nach Süden, der Südtiroler Schützenbund, mit einem Slogan, der nicht Liebe zum Belpaese ausdrücken soll, sondern historisches. Vor 74 Jahren musste sich Italien entscheiden zwischen Monarchie und Republik. Wir Südtiroler durften damals nicht mit abstimmen und so haben wir das heute nachgeholt und haben die Grenzen nach Süden verrückt. Nach Süden? Polemisch nicht gegen Italiener, sondern als Rückenstärkung für die Landesregierung gegenüber Rom. Die Grenze vom Brenner nach Süden verrücken. Weg von Rom. Ich glaube, da sind wir allen Südtirolerinnen und Südtiroler in unserem Land schuldig und besonders unserer nächsten Generation, dass auch die eine sichere Zukunft haben und nicht mehr diesem chaotischen Staat angehören. Dort, wo die Transparente nicht von Behörden entfernt werden, hofft der Schützenbund, dass sie noch länger hängen bleiben.